So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Praga Capodregni von Wladimir Suchy. Das hier ist jetzt noch die englische Version, das Spiel ist komplett sprachneutral, ihr könnt euch sowohl die englische als auch die deutsche Version holen, ihr müsst eben nur eine deutsche Anleitung bekommen, ansonsten könnt ihr das Spiel einfach solo spielen. Wladimir Suchy ist ja der Mensch, der zum Beispiel auch Underwater Cities gemacht hat, ein Spiel, das super beliebt ist, über das ich immer noch ganz viel Positives höre, wo viele Leute sagen, boah, total super, mit der Erweiterung noch besser geworden. Das hier ist jetzt dein neuestes Werk, das fühlt sich ein bisschen klassischer an, das ist ein Spiel, wo man immer richtig viel bekommt, das Spiel gibt einem hier noch irgendwelche Extras, hier noch irgendwas, hier kriegt man einen Bonus, hier und hier und hier. Und ich habe überlegt, was ich da jetzt für ein Video zu machen soll und ich habe das ja schon ein paar Mal live gespielt, also wenn ihr eine Regelerklärung sehen wollt und wirklich so live ein paar Züge sehen wollt, das lässt sich glaube ich ganz gut angucken und ich habe mich jetzt gefragt, okay, wenn ich das alles ein bisschen kürzer präsentieren will, wie mache ich das? Und ich habe mir gedacht, okay, ich zeige euch einfach mal so den letzten Zug der Partie und gehe einfach mal alle Möglichkeiten durch, alle Aktionen, die man hat. Das zeigt eigentlich auch schon alles, was es in diesem Spiel gibt, wie das Ganze so verwoben ist und spannend ist eben, dass es im Prinzip nur sechs Aktionen gibt, aus denen man wählen kann, die man machen kann, die auch teilweise relativ ähnlich ablaufen, die eigentlich sehr einfach sind. Die sind aber so verzahnt, dadurch ergeben sich solche Möglichkeiten, man kann manchmal so krasse Züge machen, dass man irgendwie am Anfang vielleicht gar keinen Punkt, ein, zwei Punkte pro Zug macht und am Ende sagt man, oh, das war jetzt nur ein 15-Punkte-Zug, hm, doof. Auch hier hat man genau 16 Aktionen, ähnlich wie zum Beispiel bei Tekeno, ist also vorgegeben, man muss mal gucken, was mache ich eben mit den gegebenen Möglichkeiten und ich würde sagen, gucken wir doch einfach mal rein. So, das ist jetzt der Spieler mal aufgebaut. Ich mache jetzt den letzten Zug, jeder Spieler hat 16 Züge im Spiel. Es gibt auch Runden, die hier mit dem Marker getrackt werden, der ist aber eigentlich nur dafür da, dass man weiß, wann hier diese Plättchen ausgetauscht werden. Hier gibt es Level 1 Plättchen, die werden so ungefähr nach der Hälfte des Spiels gegen Level 2 Plättchen, ausgetauscht, aber ansonsten ist einfach jeder Spieler der Reihe nach dran, bis das Spiel irgendwann zu Ende ist, wobei das auch ganz gut ist, wenn quasi hier so ein Umlauf rum ist, damit man auch so ein Gefühl dafür bekommt, irgendwann versinkt hier dieser Marker da drin und dann dreht das sich nicht mehr weiter, weiß, okay, jetzt ist eine Runde rum, dann setzen wir es wieder hoch, dann weiß man zu zweit, okay, jetzt geht es irgendwie noch einmal rum, jeder hat hier Aktionen und dann irgendwann ist das Ding wieder einmal rum, lässt sich nicht weiterdrehen, das ist also eine sehr schöne Mechanik und dann weiß ich schon, okay, jetzt geht es noch einmal rum und dann ist das Spiel auch schon zu Ende. Ich resette das hier einmal kurz, so sah es glaube ich gerade aus und jetzt bin ich dran, jetzt kann ich einen Zug machen. Das sieht immer so aus, dass ich mir hier eines von diesen Teilen von diesem Aktionsrad nehmen kann und zwar, wenn ich mir hier so ein Teil nehme, heißt das immer, das hat lange keiner genommen, dafür gibt es extra Punkte, das heißt für das hier würde ich zwei Punkte bekommen, die hier sind einfach immer kostenlos, die hier in diesen drei Sektoren sind, da ist irgendwie nichts extra dran, die beiden hier würde mich schon ein Geld kosten und die beiden hier, wobei hier jetzt keins ist, das da hinten würde mich zwei Geld kosten. Also kann ich jetzt überlegen, was ich machen möchte, ich könnte zum Beispiel das Teil hier nehmen, in dem Fall würde ich, ich hoffe, das ist noch in der Kamera drin, einfach sofort zwei Punkte bekommen, weil das halt hier angezeigt wurde und außerdem hier im Inneren des Rades ist immer so ein Vorteil zu sehen, das heißt ich würde jetzt auch sofort zwei Steine bekommen und die könnte ich dann sofort hier markieren, fünf, sechs, sieben Steine, mehr als neun von jeder Ressource kann ich nicht haben, dann geht es einfach nicht weiter, das heißt ich wäre jetzt eben bei sieben Steinen als Bonus und wie man schon sieht, hier gibt es halt ganz viele unterschiedliche Bonny, da muss man auch mal ein bisschen nachgucken, welcher da gerade wichtig für einen ist und jetzt habe ich ja dieses Aktionsteil hier, beziehungsweise die Seite, das hier ist die Anfängerseite, wo die Aktionen immer in gleichen Paaren sind und hier sind die immer ein bisschen anders drauf verteilt. Ich kann jetzt hiervon machen, was ich möchte, es ist vollkommen egal, was hier auf diesem Rad innen, was da außen liegt, ich habe einfach immer zwei Aktionen zur Auswahl und könnte mich jetzt zum Beispiel dafür entscheiden, entweder meine Steinproduktion zu erhöhen und einen Stein zu bekommen oder Steine auszuschütten. Sprich, wenn ich meine Steinproduktion erhöhen will, dann würde ich einfach hier diesen Marker ein Feld vorsetzen, vorher hätte ich sechs Steine bekommen, wenn ich die untere Option wähle, wenn ich jetzt das hoch setze, würde ich sieben Steine bekommen. Aber, wie gesagt, ich kann jetzt nur sagen, wenn ich das obere nutze, ich setze es um eins hoch und bekomme einen Stein. Mehr nicht. Wenn ich jetzt stattdessen gesagt hätte, okay, ich mache das nicht, ich lasse das so, wie es ist, ich möchte gerne ausschütten, also hier diese untere Option nutzen, dann würde ich sechs Steine bekommen, das wären jetzt in dem Fall nur zwei Steine, also vielleicht gar nicht mal so gut, aber ich würde noch einen Punkt und hier nochmal zwei Punkte bekommen, weil ich das quasi auch schon freigeschaltet habe, also sogar drei Punkte. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Angenommen, ich hätte jetzt aber gesagt, na, ich möchte das vielleicht einfach erstmal nur nochmal verbessern, dann hätte ich jetzt auch so ein Buch freigeschaltet. Und wenn ich dann später nochmal dran gewesen wäre, also das ist jetzt die letzte Aktion, aber angenommen, ich hätte das früher schon gemacht und das früher ganz doll hochgesetzt, dann könnte ich jetzt halt sagen, okay, das ist hier irgendwie auf sieben, vielleicht wäre ich hier auch irgendwie auf null Steine runter, weil ich die alle verbraucht habe. Und dann könnte ich sagen, okay, ich möchte jetzt gerne ausschütten, ich bekomme also sieben Steine dafür, vielleicht noch plus die zwei Steine, die ich vorher bekommen habe, wären also irgendwie neun Steine insgesamt gewesen. Und ich würde eben drei Punkte bekommen, die ich hier sofort auf dieser Leiste vorgehen würde und ich würde ein Buch bekommen. Das ist hier zum einen so eine Multiplikatorleiste, am Ende gucke ich, hier habe ich acht und hier drunter ist eine zwei, also bekomme ich nochmal acht mal zwei Punkte. Aktuell würde ich nur dreimal zwei, also sechs Punkte bekommen. Also könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte hiermit gerne Ausschüttung machen, also bekomme ich Steine, kann ich wieder mal Mauern bauen und so und ich kann auch das Buch einvorsetzen. Da haben wir jetzt gerne noch eine andere Mechanik, jetzt bin ich hier auf so ein Dreierbuch gegangen. Ich habe ja schon, als ich hier auf die Eins gekommen bin, so ein Einerbuch bekommen. Das ist ein dauerhafter Vorteil. Immer wenn ich auf diesem Rad hier als Bonus hier oder hier Geld bekomme, bekomme ich noch ein Geld extra und einen Siegpunkt. Als ich auf die zwei gegangen bin, immer wenn ich hier so einen blauen Marker bekomme, einen hier habe ich schon bekommen, bekomme ich einen Stein und einen Siegpunkt. Ich kann immer, wenn ich auf so ein Buch komme, mir die obersten drei Bücher nehmen, angucken, überlegen, welches ich davon haben will. Die ersten beiden sind immer dauerhafte Effekte, also welchen davon möchte ich am häufigsten nutzen, obwohl, denke ich, der bringt mir am meisten und nehme ich halt eins davon und die anderen lege ich wieder unten drunter. Und jetzt bin ich hier auf eine drei gekommen, das heißt, jetzt darf ich mir von den obersten Büchern hier drei Stück nehmen. Und das sind aber einmalige Effekte. Das heißt, hier könnte ich jetzt irgendwie einmal Geld ausschütten, also hier das außer der Reihe quasi bekommen. Und hier bin ich halt schon ganz hinten bis ans Ende gekommen. Das heißt, ich würde eins von diesen Eiern bekommen. Eier, das Eiweiß daraus wurde irgendwie in den Zement gemischt von dieser Prager Brücke, an der wir hier auch bauen, damit das irgendwie länger halten soll. Und außerdem würde ich halt eins, zwei, drei Punkte und noch ein Geld dafür bekommen. Das wäre also schon mal ganz schön gut. Außerdem eben noch zwei Steine. Hier könnte ich sofort, wenn ich einen Schritt hier in dieser Kathedrale oder in der Burg hochgehe, das machen, ohne dafür Kosten zu bezahlen. Normalerweise kosten hier Schritte hoch Geld. Und wenn ich hier einen Schritt hochgehe, dann bekomme ich dafür am Spielende mehr Punkte. Also hochgehen ist gut für die Punkte am Ende. Den Rest gucken wir uns gleich an. Oder hier würde ich sofort vier Schritte auf dieser Hutleiste vorgehen, um da meinen Multiplikator noch zu verbessern, wenn ich das noch nicht gemacht habe. Würde mir jetzt gar nicht so viel bringen. Ich würde hier einen Schritt hochgehen. Die anderen drei Schritte könnte ich nicht gehen. Aber jeder Schritt, den ich nicht gehen kann, bringt mir zwei Punkte. Also wären das immerhin sechs Punkte. Das ist gar nicht so schlecht. Aber das sind so die drei einmaligen Effekte. Ich hätte jetzt irgendwie den nehmen können. Und dann hätte ich das auch quasi abgehandelt. Und das ist auch schon, ich resette das mal wieder, die ganze Aktion, die man hier machen kann. Ich war vorher hier und hier war ich auf fünf. Das heißt, ich könnte halt überlegen, okay, hier entweder Einkommen erhöhen, was man gerade am Anfang des Spiels oft macht, weil man halt diese ganzen Vorteile mitnehmen möchte. Hier auf der drei fängt man an. Dann kommt man halt hier beim ersten Mal auf die vier vor. Und wenn ich das nochmal mache, komme ich hier auf dieses Feld, wo dieses Symbol drüber ist. Und da kann ich jetzt hier auf den Fluss gucken, welche Vorteilsplättchen liegen da. Und dann kann ich halt eins davon da reinsetzen. Ich habe natürlich noch keins, wenn ich das erste Mal da hingehe. Da muss ich auch gucken, welche Auswahl habe ich da. Hier bekomme ich immer, wenn ich ausschütte, jetzt eben ein Punkt und zwei Punkte. Ich hätte aber auch stattdessen das hier nehmen können. Dann hätte ich immer einen Stein mehr bekommen. Oder ich hätte auch das Plättchen hier nehmen können. Da hätte ich jetzt halt fünf Steine, einen Siegpunkt und ein Geld tatsächlich bekommen. Also da hat man auch so ein bisschen Anpassungsmöglichkeiten. Und es gibt die halt auch nicht immer alle ohne Ende. Also wenn hier so ein Marker weg ist, ist der auch einfach mal weg. So ein paar gibt es doppelt. Aber bei so ein paar muss ich mir auch schon überlegen, okay, was hätte ich gerne? Ich habe tatsächlich in diesem Spiel meine Steinproduktion allerdings auch nicht so weit erhöht. Ich habe hier, was ich glaube, ich hatte hier die zwei Punkte liegen. Also das ist im Prinzip auch schon alles. Seine Steinproduktion erhöhen und einen Stein bekommen, sonst aber nichts. Oder ausschütten, sprich diese ganzen Extras bekommen und Steine, die ich halt später zum Bauen. Ähnlich ist das hier beim Geld. Da könnte ich halt auch, angenommen ich wäre jetzt noch nicht ganz hinten im Spielverlauf, sondern wäre irgendwie, keine Ahnung, am Anfang hier gewesen, hätte mir hier gerade diesen Vorteil geholt. Dann könnte ich jetzt auch wieder überlegen, möchte ich gerne meine Geldproduktion erhöhen und ein Geld bekommen? Auch immer natürlich davon abhängig, wie viel Geld ich gerade habe. Oder möchte ich sagen, na, ich möchte lieber eine Ausschüttung machen, also sechs Geld bekommen. Angenommen, ich wäre hier bei null Geld, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich mache diese Aktion, bekomme also hier das Geld dazu, bekomme ein, zwei, drei Punkte und sogar noch ein Geld. Das wäre also vielleicht auch ganz lukrativ gewesen. Und das ist schon so eine Sache. Ich habe natürlich nur 16 Aktionen, wenn ich hier einfach immer mit so einer Aktion mein Einkommen steigere, egal ob es bei den Steinen oder beim Geld ist, ist es natürlich gut, weil ich bekomme auch bei der Ausschüttung richtig viel dafür. Aber wenn ich dafür irgendwie 10 von meinen 16 Aktionen aufwende, muss ich halt gucken, ob sich das so lohnt und ob ich das irgendwie so toll finde. Wenn ich hier auch bis ganz nach hinten hinkomme, dann habe ich auch so ein Siegel hier freigeschaltet. Dann kann ich hier auch den Stein wegnehmen. Dann guckt man hier bei den Siegeln, da kann ich entweder meinen Marker drauflegen und bekomme am Spielende vier Punkte. Hier bekommt man sechs Punkte. Hier würde ich halt zwei von diesen Fenstern bezahlen müssen, die ich dann hoffentlich habe. Wenn nicht, kann ich auch bis später warten, aber dann kann man wer anders das hier auch wegnehmen. Dann würde ich halt für jedes Geld, das ich am Spielende über habe, noch zwei Punkte bekommen. Hier für jeden Stein, den ich habe, zwei Punkte bekommen. Und hier ein bisschen schwächer für eine Kombination aus Stein und Geld drei Punkte. Aber das sind auf jeden Fall Punkte, die man am Ende haben will, wobei man dann noch aufpassen muss, wenn man hier einen Marker draufsetzt, dass man am Ende eben auch noch Geld hat und nicht das alles auf Null gesetzt hat. Hier einen Marker draufgelegt hat, dafür die Fenster verschwendet hat und dann sagt, ah, jetzt kriege ich da gar kein Extra mehr für. So, aber ich habe gerade gewilligt, dieses Teil hier zu nehmen. Da hätte ich auch alternativ die Seite hier nehmen können. Das heißt, einfach an der Mauer bauen. Ihr seht das ja hier schon. Ich habe hier schon angefangen, um mein eigenes Aktionstableau herum so eine Mauer zu bauen. Hier liegen ja diese Mauerplättchen aus und wenn ich jetzt diese Aktion hier nehme, kann ich halt überlegen, welches von diesen Mauerplättchen möchte ich gerne bauen. Das hier hinten ist ein Spezialteil. Da ich mir ja den Marker von hier weggenommen habe, darf ich das nicht bauen. Nur, wenn der auf so einem Feld liegt, wo so ein S ist, dann kann ich hinten diese Spezialteile bauen, die immer ein bisschen besser sind. Aber dadurch, dass ich jetzt hier das Plättchen weggenommen habe, habe ich nur auf diese drei Zugriff. Und da kann ich jetzt eben gucken, was die kosten. Der hier würde zum Beispiel einfach vier Steine kosten, würde mir aber sechs Punkte bringen und ich hätte hier so einen Marker. Den könnte ich jetzt zum Beispiel hier ranlegen. Jetzt habe ich hier diesen Kreis, noch nicht komplett vervollständigt, aber eben weitergeführt. Das heißt, ich bekomme dafür einen so einen roten Marker. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Da würde ich halt gucken, was macht dieser Marker jetzt? Der kann Punkte wert sein, je nachdem, wie weit ich hier auf dieser Leiste in der Kathedrale nach rechts gegangen bin. Da steht hier unten, gar nichts wert. Jeder Marker ist ein Punkt wert, jeder Marker ist zwei Punkte wert, jeder Marker ist drei Punkte wert, jeder Marker ist vier Punkte wert. Sprich, bin ich am Ende hier und habe irgendwie zwei von diesen Markern, wären das Ganze mal zwei Punkte, wäre ich bis hierhin gegangen und jeder Marker wäre drei Punkte wert, wären das schon sechs Punkte. Ich möchte also, wenn ich viele von diesen roten Markern sammle, hier auf jeden Fall möglichst weit nach rechts gehen. Und langsam, ich würde jetzt hier später noch so einen Marker zulegen, was der macht, erzähle ich euch gleich, aber ich habe jetzt diesen Kreis hier vervollständigt. Für das erste Mal dranlegen, bekomme ich quasi einen von diesen Markern. Wenn ich jetzt diesen Kreis hier vervollständige, dann bekomme ich sogar zwei von diesen Markern. Dann sollte ich auf jeden Fall zusehen, dass ich hier weiter nach rechts gehe. Aber habe ich ja nicht gemacht, also kommt das mal wieder weg. Und außerdem würde ich dafür jetzt eben noch sechs Punkte sofort bekommen, das ist gar nicht mal so wenig. Angenommen, ich hätte jetzt diese Mauer hier gebaut, würde ich auch sechs Punkte bekommen, würde auch noch einen Hutschritt bekommen. Also hier auf dieser Leiste, diesen Multiplikator erhöhen, das wäre so auch ganz gut gewesen. Ich hätte aber dafür zwei Geld und vier Steine bezahlen müssen und hätte hier noch so einen Nachbarschaftsbonus bekommen. Wenn ich den irgendwo ranlege, zum Beispiel hier ran oder hier ran oder hier ran, dann triggern sofort beide Vorteile. Das heißt sofort zwei Punkte und ein Fenster oder sofort zwei Punkte und zwei Steine oder sofort zwei Punkte und zwei Geld. Also das wäre ein Vorteil, den man dadurch bekommt. Hier kann ich halt irgendwie nichts hinlegen, das heißt, wenn das jetzt so ein allererstes Plättchen wäre, müsste ich halt überlegen, möchte ich das gerne so hinlegen, weil ich hier noch andere Mauern neben dran baue, wo ich dann nochmal solche Vorteile habe. Oder baue ich es vielleicht hier irgendwo dran, weil ich dann später hoffentlich hier noch ein Teil bekomme, das ich da drauflege, wo ich dann die extra Punkte bekomme. Plus, jetzt habe ich halt drei Mauern gebaut. Am Spielende gibt es für drei gebaute Mauern vier Punkte, für vier gebaute Mauern zehn Punkte, für sechs gebaute Mauern immerhin 18 Punkte. Am Ende kann man mal so locker 160 Punkte haben oder 130, 140, 110. Da ist das jetzt nicht ein Großteil der Punkte, aber die Partien waren auch schon oft sehr knapp und dann will man die Punkte auf jeden Fall auch nicht missen. Und da gilt natürlich auch, wenn ich Mauern bauen möchte, das hier wird vier Steine kosten, muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich genug Steine habe. Wenn die irgendwie gerade unten sind, ich mir das nicht leisten kann, muss ich erstmal zusehen, dass ich da irgendwie mein Einkommen erhöhe, wie auch immer. So, das waren alle Plättchen, die hier drauf sind. Angenommen, ich hätte jetzt hier dieses Plättchen genommen, dann könnte ich hier einen Schritt auf der King's Road gehen. Das heißt, am Anfang stehen wir hier und dann könnte ich jetzt einfach hier einen Schritt vorgehen, könnte jetzt ein Ei ausgeben, die bekommt man immer mal wieder im Spielverlauf, um sofort meine Produktion in der Mine, also hier diesen Marker quasi, wenn der irgendwie hier wäre, einen nach rechts zu verschieben oder aber meine Geldproduktion, also in der Geldmine quasi hier einen da. Ich bekomme aber kein Einkommen, bekomme auch kein Extrageld oder sowas, weil das hier nicht steht. Und sofort könnte ich mir zwei Steine oder zwei Geld nehmen. Wenn ich dann später nochmal diese Aktion mache, dann kann ich halt hier zur nächsten Position vorgehen und dann könnte ich jetzt sofort ein Ei ausgeben, um so ein goldenes Fenster zu bekommen oder ein Ei ausgeben, um so ein Buch zu bekommen. Bei den Büchern gehe ich halt hier vor, das erhöht den Multiplikator und ich bekomme halt nochmal diese Bücher mit Einmaleffekten oder mit dauerhaften Effekten. Das möchte ich also auch auf jeden Fall gerne machen. Wenn ich dann nochmal weiter vorgehe, dann kann ich schon mir zwei weiße Fenster holen oder beide Einkommen erhöhen und ich bekomme sofort für jede Technologie aus der ersten Phase, die ich hier auf mein Technologietableau gelegt habe, drei Punkte. Also da möchte ich auch gerne richtig viel haben. Und wenn ich dann später hier noch weitergehe, dann fange ich jetzt an der Brücke zu bauen, dann dürfte ich mir hier einen von drei Markern nehmen und würde halt dann gucken, okay, sofort so ein goldenes Fenster und zwei Geld. Finde ich total toll, also nehme ich mir das vielleicht, lege das dann auch hier irgendwo auf die Brücke und gucke, was ich abdecke und auch da bekomme ich dann die Vorteile. Also hier zum Beispiel zwei Punkte und einen so einen roten Punktemarker, wo ich erstmal dafür sorgen muss, dass der Punkte wert ist. Jetzt habt ihr schon gesehen, diese Eier kann man immer mal wieder ausgeben, um dadurch auch gerade hier auf dem Weg irgendwas zu machen, um an dieser King's Road zu bauen. Diese Fenster, was mache ich denn jetzt mit diesen Fenstern? Generell gilt, in diesem Spiel wollt ihr goldene Fenster haben, weil goldene Fenster, entweder wenn ihr zwei goldene Fenster oder ein goldenes und ein silbernes Fenster habt, könnt ihr die ausgeben und noch einen extra Zug machen. Dann dürft ihr euch nicht hier in Teilen nehmen, aber ihr könnt quasi eine von euren Aktionen, die ihr habt, das sind die sechs Grundaktionen, die es im Spiel gibt, machen und habt dann quasi nochmal einen extra Zug. Also nicht mehr 16 Züge, sondern 17 Züge, 18 Züge, 19, 20. In einem Spiel, wo man wirklich eine limitierte Zahl an Zügen hat, einfach nochmal extra Züge machen zu können, ist immer mächtig. Ich finde es super wichtig, auf goldene Fenster zu gehen, habe jetzt aber auch erst fünf, sechs Partien gespielt, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber immer wenn ich ein goldenes Fenster bekommen kann, versuche ich krampfhaft es mitzunehmen. Und wenn ich dann zwei weiße Fenster habe, dann kann ich die ausgeben, um hier zum Beispiel einen Schritt nach oben zu gehen. Dafür würde ich jetzt nicht mehr vier Punkte am Spielende bekommen, sondern acht Punkte, muss dafür aber eben immer, wenn ich hier so eine Stufe überschreite, also die Linie hier und die Linie hier, ein Geld und einen Stein ausgeben. Und wenn ich am Rundenende mehr als zwei Fenster, egal welche Art habe, muss ich abwerfen auf nur noch zwei Fenster. Das heißt, ich würde dann sagen, okay, ich mache jetzt halt einen extra Zug oder ich gebe halt die beiden Fenster aus, um hier einmal aufzusteigen, um dafür mehr Punkte zu bekommen. Wenn ich hier am Ende der King's Road angekommen bin, also wenn ich hier stehe, kann ich noch einen Schritt weiter machen, dann bekomme ich eins von diesem Plättchen hier, gucke ich mir auch drei Stück an, überlege, welches ich haben möchte. Die geben mir halt hier sofort drei Punkte und am Spielende nochmal für irgendwelche Fortschrittepunkte. Also hier für jede Verbesserung in der Mine, die ich habe, also mein Steinbruch quasi, hier beim Gate jeder Schritt einen Punkt und hier würde ich halt gucken, in den beiden Bereichen, wie viele Schritte bin ich da hochgegangen. Also hier bin ich auf Level 3 und hier wäre ich jetzt auf Level 2. Da würde ich halt für jeden Schritt zwei Punkte bekommen, wären also nochmal zehn Punkte. Da würde ich mir halt eins von raussuchen, würde das dann hier auch hinlegen, würde auch diesen Vorteil bekommen und würde mich da draufstellen. Und dann wird da angezeigt, okay, dafür kriege ich am Spielende Punkte und ich kann jetzt hier nicht mehr weitergehen. Und es kann bei vielen Spielern auch sein, dass man hier gar nicht mehr hinkommt, dass hier quasi noch vier stehen, aber hier ist dann wirklich Schluss, weil hier alles voll gebaut ist. Da haben wir einfach Pech gehabt. Und das ist auch schon die King's Road Action, einfach hier vorgehen, die Vorteile einheimen sind, die Schritte hier will man gehen, man möchte da hinten hingehen, man möchte diese Vorteile haben. Also das ist auch schon, klingt erstmal wenig, aber es sind auch gut Punkte, gut Vorteile, die man sich da holen kann. Also auch immer durchaus eine valide Option. Das hier unten ist einfach Bauen und zwar ein Haus bauen. Da gucke ich halt, welches von diesen drei Häusern hier möchte ich bauen. Wenn ich das Teil von dem S hier weggenommen habe, kann ich auch das Spezialhaus bauen. Die kosten in der Regel Geld und manchmal auch Stein. Hier zum Beispiel drei Geld und ein Stein. Und dann würde ich ein Fenster bekommen, ein silbernes. Dürfte aussehen noch hier rot, heißt ich darf hier einen Schritt nach da gehen. Wenn ich zum Beispiel hier bin, baue das, dürfte diesen Schritt hier hingehen, würde ich sofort zwei Punkte bekommen. Wenn ich hier bin und da hinkomme, auf diesen Pfeil, gehe ich sofort automatisch nach oben, wenn ich die Kosten dafür zahlen kann. Diese Linie überschreiten, kostet ja ein Geld und ein Stein. Und außerdem ist hier so ein kleines Mannington abgebildet. Da kann ich jetzt halt mal Marker drauflegen. Und dann kann ich überlegen, wo in diese Stadt möchte ich das Ganze gerne hinlegen. Ich kann das zum Beispiel hier hinlegen, außerhalb der Stadt. Da ist es nicht ganz so toll, da gibt es irgendwie keine Extrapunkte oder sowas. Da muss ich auch nicht extra Geld bezahlen. Und jetzt hätte ich schon mal in diesem Plaza hier eine Mehrheit. Wenn irgendwann hier überall Gebäude drumherum liegen, wie das zum Beispiel auch hier der Fall ist. Also angenommen, hier wäre jetzt nichts. Und ich würde jetzt sagen, okay, ich baue dieses Gebäude hier hin. Das ist halt in der Stadt, das ist schön. Dafür gibt es zwei extra Punkte, aber ich muss nur noch ein Geld mehr bezahlen. So, jetzt lege ich diesen Marker hier hin. Und jetzt, hier ist ein Plaza in der Mitte. Jetzt sind alle Gebäudefelder, die man bebauen kann, drumherum bebaut. Jetzt würde es eine Wertung geben und wird geguckt, wer hat überhaupt Steine da. Der bekommt einen von den beiden Vorteilen. Also entweder drei Punkte und ein Buch auf dieser Multiplikatorleiste oder drei Punkte und ein von diesen Hüten. Also auch auf der Multiplikatorleiste einen vor. Wer die Mehrheit hat, was jetzt in dem Fall ich wäre, würde beide Vorteile bekommen. Also sechs Punkte und auf beiden Leisten eins vor. Das möchte man auf jeden Fall. Wenn mehrere Spieler die Mehrheit haben, bekommen glaube ich beide diesen Vorteil. Das ist also schon gar nicht so schlecht, da kann man mit dem Bauen richtig viel machen. Diese Plazas hier können auch richtig wertvoll sein. Wir haben jetzt in dieser Partie sehr wenig gebaut. Viel Bauen heißt halt auch viele Vorteile bekommen. Braucht man eben auch viel Geld und ein bisschen Stein für, kann auch eine Taktik sein. Man könnte sich auch so ein Gebäude hier nehmen. Das würde jetzt tatsächlich nur viel Geld kosten, da ich ja gerade relativ viel Geld habe, kein Problem. Ich würde als Vorteil zwei weiße Fenster bekommen und ein Ei. Und hier ist so ein Fragezeichen drauf. Und ich kann hier so ein Nupsi nicht ablegen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier hinlegen würde, müsste ich nochmal ein Geld extra zahlen. Also sogar fünf. Aber dann würde ich halt gucken. Das Fragezeichen hier ist einfach, wie viele Gebäude sind um das Plaza, wo ich das hinbaue, schon gebaut. Eins, das selbst zählt auch mit. Zwei, drei, vier. Also würde ich so viele Punkte bekommen. Vier Punkte. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und das ist schon das ganze Bauen. Einfach gucken, kann ich mir das Gebäude leisten? Welchen Vorteil, welches Einkommen bringt es? Kann ich hier irgendwie Mehrheitenmarke ablegen? Kann ich irgendwie einen Schritt in der Kathedrale gehen? Und hier Spezialteil zum Beispiel. Das würde mir halt zwei Fortschrittspunkte bei den Büchern bringen. Das kann halt dafür sorgen, dass ich hier noch so Technologien freischalten kann, mit denen ich auch gerade bei den vierer Technologien nochmal so einen extra Spezialzug habe, der richtig mächtig ist. Da will man schon hin. Und ich kriege nochmal Punkte dafür. Und ich kann halt auch hier wieder das irgendwo ranlegen, wo schon hier aufgedruckt so ein violetter Marker ist. Dann würde ich dafür jetzt eben auch so einen Marker bekommen und dafür am Spielende vielleicht nochmal Punkte. Aber es ist eben auch schon, ihr seht es schon. Man kann hier ja, wo man halt im ganzen Stadtverlauf, bekomme ich halt diese blauen Marker, gehe aber in der Kathedrale nach rechts, wo meine roten Marker aufgewertet werden. Genauso hier beim Mauerbauen. Da kann ich halt, da gibt es auch hier manchmal solche Mauern, wo ich halt bei blau, also hier in der Burg, einen Schritt nach links gehen kann. Dadurch werden meine blauen Marker mehr wert. Aber hiermit bekomme ich eine rote Marker. Also ganz klassisch. Man kriegt jetzt da zwar schon einen Vorteil für, aber muss noch irgendwie eine andere Aktion machen, um das wirklich irgendwie in wahre Siegpunkte umzumünzen. Und das ist immer so, dass man denkt, ah, das wäre schöner, wenn das anders wäre. Aber das ist auch so ein bisschen die Herausforderung bei dem Spiel. Und wie gesagt, das ist Bauen. Vorteile bekommen, Vorteile bekommen, Geld bezahlen und auch gucken, Plaza, wo baue ich mich hin, bekomme ich hierfür noch irgendwie die Extrapunkte. Das sind immer nicht viele. Das sind immer so zwei, drei Punkte, die man irgendwo bekommt. Aber das summiert sich halt im Laufe des Spiels. 16 Aktionen, jedes Mal zwei, drei Extrapunkte für irgendwas bekommen, ist halt auch ganz ordentlich. Plus, jeder hat hier so ein Aktionstableau. Und wenn ihr seht hier, ich habe mein Bauen verbessert. Immer wenn ich baue, bekomme ich dafür einen Punkt. Das ist also ganz schön gut. Oder auch hier. Immer wenn ich irgendwie mein Einkommen erhöhe oder mein Einkommen aufschütte mit Geld, dann kann ich dafür einen Stein ausgeben, um sofort so ein Fenster zu bekommen. Das heißt, hier kann man diese Aktion auch nochmal pippen. Und da ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Das machen wir zum Beispiel, indem wir uns dieses Plättchen hier nehmen. Das heißt einfach, such dir eine von diesen Verbesserungen hier aus. Auch da wieder. Die Spezialverbesserung nur, wenn ich das Teil von so einem S-Feld wegnehme. Und dann kann ich mir zum Beispiel einfach hier diese Verbesserung nehmen. Und dann muss ich die dahin legen, wo sie hingehört. Also hier kann ich noch überlegen, wie rum. Ich könnte die zum Beispiel so rum hinlegen und hoffen, dass ich hier noch eine Mauer hinbaue, um da so einen entsprechenden Marker für zu bekommen. Und jetzt würde ich einfach immer, wenn ich meinen Steinbruch erhöhe oder Steineinkommen bekomme, würde ich ein Ei bekommen. Eier brauche ich ja, wie gesagt, oftmals hier für diese King's Road. Und am Spielende wird auch geguckt, wie viele Eier habe ich. Dementsprechend Punkte bekomme ich. Mehr als vier Eier bringen keine zusätzlichen Punkte. Und das ist tatsächlich auch schon alles, was man hier macht. Man nimmt einfach diese Aktion, bekommt halt den Vorteil, der hier noch im Inneren des Rades ist. Muss die Aktion vielleicht bezahlen. Oder bekommt dafür extra Punkte. Sucht sich eins von diesen Teilen hier aus. Legt das da hin. Hat dann diese Aktion verbessert. Auch da können halt manchmal solche Vorteile drauf sein. Das heißt, wenn ich irgendwie, was ist das hier, das Brückending verbessern. Wenn ich vorher hier diese Mauer hingebaut hätte und ich würde jetzt das da hinlegen, wären jetzt diese beiden Sachen hier verbunden. Und ich würde ein Fenster und zwei Punkte bekommen, könnte die Fenster vielleicht gleich ausgeben, um hier in der Kathedrale oder in der Burg hochzusteigen. Wäre es auch eine gute valide Option. Und das andere, was hier drauf ist, ist halt nochmal Einkommen steigern. Das hatten wir ja schon. Und wir haben tatsächlich auch schon einen Großteil der Aktionen gesehen. Wir haben, glaube ich, jetzt schon alle Aktionen gesehen. Man kann entweder hier ein Upgrade-Plättchen nehmen. Man kann hier eine Mauer bauen. Man kann hier ein Gebäude in die Stadt bauen. Man kann sein Einkommen hier erhöhen. Das heißt, mehr Steine sich nehmen oder die Steine ausschütten. Man kann sein Geld erhöhen oder das Geld ausschütten. Und man kann hier auf der King's Road langgehen und dann da auch irgendwelche Vorteile dafür bekommen. Und wie ihr schon gesehen habt, hier für diese King's Road möchte ich irgendwie Eier. Eier bekomme ich oftmals zum Beispiel hier rüber, wenn ich hier zum Beispiel Geld zu Eiern mache oder Stein zu Eiern. Oder es kann auch irgendwelche Vorteilsplättchen geben, wo ich für irgendwelche bestimmten Aktionen Eier. Also hier gibt es halt immer in der Regel Punkte. Also auch hier, immer wenn ich meine Mine verbessere, zwei Punkte. Immer wenn ich mein Geld verbessere, zwei Punkte. Immer wenn ich einen Vorteil nehme, wo ich Punkte bekomme auf dem Rad, bekomme ich noch einen Punkt extra. Hier immer wenn ich irgendwas mit Steinen nehme, bekomme ich einen Stein und einen Siegpunkt. Also das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Und auch hier bei diesen Mauern, wenn ich die baue, kann ich halt immer Schritte gehen. Habe ich hier so einen Anschluss frei. Hier bekomme ich nochmal dann irgendwie zweimal mein Einkommen gesteigert und einmal so ein Buch. Hier könnte ich halt mein Einkommen steigern. Könnte hier auch noch so einen Schritt nach links gehen in dem Fall. Da will man also auch viel machen. Ihr seht das schon. Das ist jetzt tatsächlich so, ich habe 16 Aktionen. Wenn ich keine goldenen und silbernen Fenster bekomme, ich möchte eigentlich im Idealfall ein goldenes und silbernes Fenster ausgeben, weil ein goldenes Fenster komme ich nur relativ schwer. Silberne Fenster gibt es schon häufiger. Auch allein ich hier durch meine Vorteile. Ich bekomme halt hier immer ein silbernes Fenster. Wenn ich hier diese Anschlüsse mache, bekomme ich ein silbernes Fenster. Wenn ich hier diese Abgeltaktion mache, bekomme ich dafür, wenn ich ein Geld ausgebe, ein silbernes Fenster. Also diesen schon relativ oft. Goldene Fenster würde man hier zum Beispiel bekommen, wenn man dieses Gebäude baut. Es kostet drei Geld, bringt ein goldenes Fenster, ist also gar nicht so schlecht. Oder auch hier hatten wir auch vorhin noch so ein Plaza liegen. Genau hier. Wenn dieses Plaza hier gewertet wird, wenn hier noch zwei Gebäude drum gebaut werden, dann würde man dafür eben auch ein goldenes Fenster bekommen. Das möchte man schon. Es gibt hier bei den Vierer-Technologien auch eine, die sagt, werte ein beliebiges Plaza nochmal komplett neu. Egal ob schon gewertet wurde oder noch nicht. Dann könnte ich auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel dieses Plaza nochmal werten, möchte halt überhaupt das erste Mal werten, möchte acht Punkte bekommen, ein goldenes Fenster bekommen und dann vielleicht nochmal gleich einen anderen Zug machen, um damit auch nochmal viele Punkte zu machen. Und natürlich, da es hier mal extra Punkte gibt, auch gerade in Zweierpartien, wird es selten vorkommen, dass hier ein Teil bis ganz nach oben fährt. Jetzt ist hier schon wieder die Runde um, zack, dann rausnehmen. Aber wenn das tatsächlich mal vorkommen sollte und das hier noch keiner genommen hat, wo es die fünf Extra-Punkte gibt, dann legt man diesen Marker hier drauf und der fährt dann quasi mit. Hier würde man auch immer eins weiterschieben. Und sobald jemand das Plättchen nehmen würde, würde er dafür halt fünf Punkte extra bekommen und das würde wieder hier hinwandern. Hier in der Stadt ist immer ein bisschen die Anpassung nach Spielerzahl. Bei vier Spielern würde hier noch ein Plaza hinkommen. Bei zwei Spielern oder drei Spielern kommt hier ein Gebäude hin. Das kommt bei mehr Spielern dann nicht schon am Spielbeginn hin. Also bei vier Spielern, es gibt ja auch eine Solo-Variante, aber die spielt man im Prinzip wie eine Zweier-Variante. Die Solo-Variante sieht auch so aus, dass der Solo-Spieler einfach immer hier das vorderste Plättchen nimmt. Dann wird ja gedreht am Rundenende und dann kommt das hier wieder hin. Dann könnte ich jetzt mal eine Aktion machen, würde meinetwegen das teilnehmen, würde das hier wieder weiter drehen. Da jetzt hier diese Lehrstelle ist, wird sogar nochmal einen weiter gedreht. Und dann würde auch der Mitspieler wieder einfach das Vorderste nehmen. Sprich, da kann man schon relativ gut planen, wenn man das Solo spielt. Ich habe es noch nicht Solo gespielt, das ist jetzt kein Spiel, das ich Solo spielen würde. Kann man aber durchaus machen. Ja, und das ist im Wesentlichen das Spiel. Wie gesagt, das Spiel erschlägt einen fast immer vor Sachen, die man bekommt. Ich werde nochmal ein Fazit wieder dazu machen, wo ich noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehe. Aber allein, wenn ich hier mir ein Plättchen nehme, bekomme ich zum einen Punkte, darum muss ich denken, ich muss bezahlen, das ist okay. Dann bin ich meistens so auf meine Aktion fokussiert, dass ich hier das Plättchen wegnehme, sofort die Aktion machen will. Dann aber auch vielleicht vergessen wir hier den Vorteil zu nehmen. Also hier irgendwie, dass ich das hier wegnehme und sage, okay, hier, ich mache irgendwie die King's Road und dann fällt mir hinterher ein Moin. Ich habe noch irgendein Vorteil, habe ich es jetzt da weggenommen, da weggenommen, da weggenommen, weiß man vielleicht nicht mehr so hundertprozentig. Man kann das auch hinterher machen. Wenn man hier Geld für ein IOS geben kann und man hat gar kein Geld und bekommt aber vielleicht durch diese Aktion Geld, kann man auch sagen, okay, ich möchte das gerne noch nachträglich machen. Aber da immer dran denken, dass man diesen Vorteil bekommt. Außerdem hat man ja noch diese Technologien hier, wo man eben auch durchaus nochmal einen Vorteil bekommen kann. Auch da muss man dran denken. Man hat diese Aktion vielleicht noch gepimpt, bekommt dann eben auch da einen Vorteil, muss da auch dran denken, sich den zu nehmen und das nicht irgendwie zu vergessen. Dass man hinterher denkt sich, ja, habe ich das nochmal gemacht oder nicht? Auch wenn ich mir hier so ein Technologieplättchen nehme, hier sind jetzt zwei Hüte drauf, würde auch bedeuten, ich gehe hier auf der Hutleiste vor. Das heißt, ich nehme vielleicht irgendwie hier dieses Technologieplättchen, bekomme, weil ich mir hier diesen Marker genommen habe, hier noch irgendwie einen Punkt, hier noch irgendwie extra Punkte, bekomme hier fürs Bauen noch für ein Fenster ein Geld, lege das dann da hin, bin ganz froh, dass ich das alles geschafft habe, bekomme vielleicht dadurch noch irgendwie einen extra Marker und dann erstmal zu krumm und ich habe dann völlig vergessen, hier diesen Stein vorzusetzen. Das kann man Gott sei Dank hinten raus immer noch ganz gut nachvollziehen, aber es empfiehlt sich auf jeden Fall bei zwei Spielern oder auch bei drei, vier Spielern. Man kann schon so einen eigenen Zug ein bisschen im Voraus planen, aber ein Spieler sollte eigentlich immer ein bisschen zugucken, was der andere Spieler macht, einfach auch um ihn netterweise daran zu erinnern, wenn er irgendwas vergessen hat. Ich habe neulich eine Partie mit einem Kumpel gespielt, da hat er viel gemacht und hat versucht, an alles zu denken und ich saß da und meinte so, und? Und eigentlich dachte ich, er hat eigentlich alles gemacht, aber ich sage es mal einfach so und er saß dann, ja, hier, Technologie, da gehe ich hier noch zwei Schritte für. Ja, okay, das ist aber typisch in dem Spiel. Es wird wahrscheinlich selten vorkommen, dass man eine Partie spielt, das wird keiner nachvollziehen können, weil die meisten Leute das halt nicht filmen, dass man eine Partie spielt, wo man wirklich alles genommen hat, hat alles gedacht hat, es ist zu viel, also das heißt zu viel. Es ist einfach viel, was man bekommt, das macht Spaß, aber ich habe das auch schon mit einem Kumpel gespielt, der das auch eigentlich ganz gut fand, wo wir auch gleich zwei Partien am Stück gespielt haben, der aber auch meinte, boah, es ist schon echt viel. Nicht, dass es viel von der Komplexität her ist, das Spiel ist in seiner Grundstruktur her relativ einfach. Ich kann das auch mittlerweile relativ gut und zügig erklären, sodass die Leute schon verstehen, was sie machen, aber man ist erstmal von diesen ganzen Möglichkeiten und Zusammenhängen überschlagen, obwohl es halt nicht so super komplex ist. Also da habe ich an, ich habe neulich die Klinik gespielt oder sowas, das ist viel, viel komplexer, da kann ich auch viel mehr noch planen und das und hier und da eine Kleinigkeit und das Spiel ist halt nicht so super tight, wie solche Spiele ja manchmal sind. Also man kann das Spiel gefühlt nicht zwingend sofort in der ersten Runde verlieren, sondern hat immer irgendwelche Möglichkeiten. Es ist auf jeden Fall ein Punktesalat, aber der sich irgendwie auch immer gut anfühlt, weil man halt immer ständig bekommt. Das Spiel sagt hier, ich gebe dir, nimm, nimm, nimm und das ist einfach schön zu spielen. Wie gesagt, die große Innovation fehlt dir vielleicht, aber diese zahlreichen Möglichkeiten, die ich habe, dass ich auch mal vielleicht sage, okay, ich will möglichst viel bauen, dafür muss ich irgendwie mein Einkommen erhöhen. Aha, dann will ich aber hier irgendwie nochmal meine Technologie verbessern und zack, ist schon das halbe Spiel rum und ich merke, okay, ich habe gar nicht so viel gebaut, wie ich bauen wollte. Also da bin ich auch noch auf mehr Partien gespannt, ob ich da meine Pläne noch gezielter verfolgen kann. Mehr dazu dann aber im kurzen Fazio-Video, wo ich im Prinzip vieles von dem, was ich hier erzählt habe, nochmal erzählen werde, aber halt nochmal komprimierter, ohne den ganzen Spielablauf zu schildern. Und ja, ich hoffe, das war eine gute Übersicht. Ihr könnt mir gerne mal Feedback geben, wie ihr das fandet. Einfach so, so in den letzten, ich meine, ich habe jetzt im Prinzip nur alle Aktionen einmal, bin ich durchgegangen. Aber halt auch immer gleich so im Endgame, was hat das da für Konsequenzen, wie zahlt sich das aus. Eigentlich hätte ich jetzt wirklich jede Aktion durchgehen müssen, gucken müssen, okay, mit welcher Aktion hier kriege ich wie viele Punkte. Hier würde ich jetzt irgendwie fünf Punkte bekommen, könnt hier meine Schatzkiste aufschütten, dafür nochmal irgendwie, die wären acht Punkte. Gibt es irgendwas, wo ich mehr bekommen kann? Gibt es irgendwas, wo ich ein goldenes Fenster bekomme, dass ich nochmal ein extra Zug machen kann? Oftmals am Spielende ist es hier auf der King's Row lang gehen. Er sagt, da könnt ihr euch schon einige Partien angucken, nicht die erste vielleicht, da haben wir es gerade gelernt, da haben wir auch irgendwie zwei Stunden Regellernen drin gehabt. Aber so die letzten beiden Partien, wo ich es auch immer neu mit Spielern erklärt habe, in der letzten Partie wurde ich auch ziemlich abgefertigt. Also ich habe, glaube ich, mit 40 Punkten Rückstand verloren, das war echt ein bisschen traurig, aber es hat einfach nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war es erstmal dann zu Prager Capodregni. Wie gesagt, sehr gerne Feedback zu diesem Video. Das war es dann von mir, bis bald und tschüss! Das war es dann von mir. Das war es dann von mir. Das war es dann von mir. Untertitelung des ZDF, 2020